Guten Abend zur Phönix-Runde. Die Amerikaner wollen Jobs. Sie wollen keine Angst mehr haben vor Amokläufern, die ihre Kinder erschießen. Sie wollen Gerechtigkeit. Das alles will ihnen ihr neuer alter Präsident bieten. Barack Obama hat in seiner Rede zur Lage der Nation vieles versprochen. Die Frage ist, ob er es halten kann. Seine zweite Amtszeit läuft. Was kann er im Land bewegen? Welche Rolle spielen wir überhaupt für ihn, die Europäer? Und wie wichtig ist ihm die Außenpolitik eigentlich noch? Obamas zweite Runde kann er es jetzt. Darüber diskutiere ich jetzt mit meinen Gästen. Stormy Annika Mildner von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Sie sagt, in den nächsten vier Jahren hat der Präsident zwar größere Spielräume, muss er sich doch nicht mehr um seine Wiederwahl sorgen. Doch ist auch das Risiko zu scheitern groß. Die politischen Gräben zwischen den Parteien sind so tief wie nie zuvor. Washington ist in der Krise. Charles King Mallory, Leiter des Aspen-Instituts in Berlin. Obwohl er sich durch seine Außenpolitik von Präsident Bush unterscheiden wollte, scheinen die Unterschiede in der Außenpolitik der beiden Präsidenten nicht sehr groß zu sein, so Mallory. Suda David Wilp, sie sagt, Obama hatte 2008 nicht vom roten oder blauen Amerika gesprochen, sondern von den Vereinigten Staaten von Amerika. Dieser Ansatz bleibt alternativlos. Gegen die Republikaner im Kongress kann er nichts erreichen. Er muss also zumindest einige von ihnen auf seine Seite ziehen. Und Thomas Nils, Journalist und ehemaliger ARD-Korrespondent in den USA. Wenn er wollte, wie er könnte, dann brächte die zweite Amtszeit möglicherweise gerade außen- und sicherheitspolitisch eine ganze Menge. Er kann nämlich wirklich weit mehr als gemeinhin angenommen. Aber will Barack Obama wirklich, fragt sich Nils. Herr Nils, wir wollen noch darüber reden, was Obama so will und was er nicht will. Aber wir blicken mal einmal auf die Rede zur Lage der Nationen. Im Prinzip ist es eine Regierungserklärung, aber in den USA eben doch viel aufgebauschter und viel präsenter. Also Merkel habe ich noch nicht so erlebt. Haben Sie die Rede so in dieser Art, wie wir sie gesehen haben, erwartet? Oder waren Sie durch die kämpferische Haltung doch überrascht? Ich war überrascht durch die kämpferische Haltung, habe aber die Inhalte in ihrer Dosierung schon so erwartet, weil es Amerika ja nicht gut geht. Wirtschaftlich, handelspolitisch etc. Sind Probleme im Moment ein bisschen gelindert, kommen sie einem vor, aber doch immer noch zuhause vorhanden. Und deshalb, leider, sag ich mal aus meiner Passionssicht, ist die Außen- und Sicherheitspolitik dann doch etwas zu kurz gekommen. Aber so ähnlich in der Gewichtung habe ich es erwartet, aber nicht den Pepp, den Obama da reingesteckt hat. Aber das ist gerade schon von den Kollegen gesagt worden, liegt natürlich in der Natur dieser zweiten Amtszeit. Er hat es nicht mehr nötig, auch Wiederwahl zu buhlen und zu schielen. Ja, Herr Melry, also Obama kann sich jetzt tatsächlich anders verhalten. Das ist die zweite Amtszeit, eine dritte wird es nicht geben, so sieht es das Gesetz dort vor. Hat er in seiner Rede eigentlich das gesagt, worauf alle auch lange gewartet haben? Also meine Wahrnehmung von dieser Rede ist eine Rede, die sehr parteipolitisch war. Und nicht besonders auf, obwohl ein paar Gesten gemacht wurden in der Rede, nicht besonders darauf ausgerichtet ist, über parteiliche Zusammenarbeit im Kongress zu erlangen. Also insofern, was man lange erwartet hat, ist überparteiliche Zusammenarbeit in Washington. Und das war schwer zu finden. Frau David Webb, Obama ist derzeit schon relativ beliebt. Er wurde eben wieder gewählt, es gab aber immer ein Hin und Her, ob er es schaffen wird oder nicht. Es war ja doch knapp. Hat er so ein bisschen seinen Charme, sein Charisma zurück? Ist das in dieser Rede nochmal durchgekommen, so dieser Obama-Yes-We-Can-Typ? Ich glaube schon. Und ehrlich gesagt, ich glaube, die Wahl war nicht knapp. Ich meine, vor ein paar Monaten gab es ein sozusagen Kopf-on-Kopf-Rennen zwischen Governor Romney und Präsident Obama. Aber Präsident Obama hat deutlich gewonnen im November. Und er hat diesen Ton auch bei seiner Rede gegeben. Er hat, wie Mallory gesagt hat, ein paar Gäste gegeben zu den Republikanern. Wir müssen zusammenarbeiten. Die amerikanische Bevölkerung erwarten das auch. Aber er hat sozusagen, sein Ton war, ich habe gewonnen. Und eigentlich, ich habe auch ein bisschen Marktsachen auch zu ändern, zu regulieren zum Beispiel mit der Umwelt. Frau Miltner, wird er das, was er dort eben angesprochen hat, durchsetzen können? Es ist momentan ziemlich schwierig, wenn man sich sozusagen mal tatsächlich eins zu eins anschaut, was dort abläuft. Kann er überhaupt irgendwas durchsetzen? Vielleicht kurz noch einmal zur Rede. Mich hatte die Rede und der Ton nicht überrascht. Denn darin spiegeln sich eigentlich zwei Strategiewechsel wieder, die sich eigentlich seit der Wahl schon angedeutet haben. Die erste Strategie ist, dass er sich viel kämpferischer zeigt und eben nicht so sehr auf Kompromiss geht. Und auch nicht mehr so stark versuchen will, überparteilich zu sein, sondern seine Initiativen durchzuboxen. Und der zweite Strategiewechsel ist, dass er vielmehr versucht, die Wähler einzubinden, die Bevölkerung einzubinden, zu mobilisieren für seine Ideen eben. Und das ist ihm in der ersten Amtszeit nicht gelungen. Und das will er ändern. Und ich glaube, dass es gut sein kann, wenn er beides konsequent durchzieht, dass er dann einige von seinen Initiativen, ob es nun Immigration ist, Einwanderungsgesetz, dann doch durchbringen könnte. Also glauben Sie schon, dass er sich besser durchsetzen werden können wird? Ja, also an den Mehrheitsverhältnissen hat sich ja nichts geändert. Also das Repräsentantenhaus ist immer noch republikanisch und der Senat ist immer noch demokratisch, also ein divided government. Das macht es für ihn unglaublich schwierig. Aber er hat, also wenn es im Kongress nicht weitergeht, immer noch die Möglichkeit, auch über sogenannte Dekrete zu agieren. Also zum Beispiel im Umweltbereich, im Klimabereich hat er die große Umwelt, also die Environmental Protection Agency. Und da kann er über Regularien und Direktiven doch ganz schön stark in die Wirtschaft eingreifen. Und es scheinen die Republikaner, das ist so mir ins Blickfeld gerückt, bei der Betrachtung der amerikanischen Sichtweise und so der Kommentierung der Rede, da sind plötzlich zwei Lager von Republikanern. Die einen, die vielleicht doch einsehen, dass man sich zusammenzuraufen hat, um überhaupt die Kurve zu kriegen. Und die anderen, die bleiben, wo sie sind, nämlich beim Tea Party Movement oder in ähnlichen Nischen und geben ja auch schon zweifach Erklärungen ab zu der Rede. Das ist ja ganz eigenartig. Also kann möglicherweise in der zweiten Amtszeit, das ist so eine Vermutung, vielleicht auch ein wishful thinking von mir, Obama obsiegen, weil die Republikaner stärker gespalten sind. In Grünen genommen hat er zwei Jahre jetzt seine Ziele zu erreichen, weil ja, es wird schwierig gegenüber dem Kongress, aber auf der anderen Seite, Speaker Boehner weiß Bescheid, dass er will nicht unbedingt bekannt werden als der Partei von Nein, immer Nein sagen. Also sie müssen schon ein paar Geschenke an die amerikanische Bevölkerung geben, sonst vielleicht gibt es auch Risiko, dass sie werden auch die Mehrheit im Haus verlieren. Das kann schon passieren. Die Demokraten haben ein paar Sitze zurückgewonnen. Aber das Verhältnis war lange nicht so angespannt, wenn man sich das jetzt auch mal, sage ich mal, aus europäischer Sicht anschaut. Wir kennen das hier schon durchaus anders. Also es gibt Koalitionen und so weiter, da läuft es doch schon anders. Was ist eben so speziell? Warum ist es gerade so schwierig, da irgendwie zusammenzufinden, gerade in den USA? Naja, ich glaube, ein wesentlicher Element dieser Entwicklung ist die Medienlandschaft in den Vereinigten Staaten. Die Politiker, die versuchen, überparteilich zusammenzuarbeiten, fast bestraft dafür. Man wird, das ist ein wesentlicher Element. Ein zweiter Element besteht darin, dass die verschiedenen Wahlkreise der Abgeordneten so aufgezogen wurden, dass sie eindeutig in einer oder anderen politischen Richtung sind. Und da muss ich leider widersprechen. Wir hatten einen verheerenden Sieg in den Zwischenwahlen 2010, was zu einem Ergebnis geführt hat, dass Republikaner die Vormacht an mehreren Legislaturen in einzelnen Staaten bekommen haben. Und es sind diese Legislaturen, die die Wahlkreise bestimmen. Das wird jetzt angefochten durch Gerichten in den Vereinigten Staaten. Aber die Republikaner sind dabei, sich eine Mehrheit, eine strukturelle Mehrheit da zu verschaffen durch diesen Sieg 2010. Außerdem stehen, glaube ich, sechs Senatoren in Staaten, wo Obama die populare Wahl verloren hat zur Wiederwahl in zwei Jahren, 2014. Und diese Wiederwahlkampskampagne fängt eigentlich schon in einem Jahr an. Also hat er ein Jahr, seine Legislaturperiode durchzusetzen, bevor wir in die Vorwahlkampfkampagne für die Zwischenwahlen einsteigen. Dann machst du eine Wahlkampfrede. Also ich denke schon, dass sich die Republikaner auf jeden Fall kompromissbereiter zeigen müssen. Denn auch in den letzten Wahlen hat man ja genau gesehen, dass sie bei bestimmten Wählergruppen überhaupt nicht gepunktet haben. Das waren die jungen Wähler, das waren die Frauen, das waren die Afroamerikaner und das waren die Hispanics, also Latinos. Und auf diese Wählergruppen müssen sie stärker zugehen und dementsprechend auch mehr Kompromissbereitschaft in diesen Themenfeldern auch zeigen. Und dazu gehört beispielsweise die Einwanderungspolitik. Und ich glaube, das ist eines der Themen, wo man über diesen tiefen Graben die Hand ausstrecken kann und dann zusammenarbeiten kann. Ein anderes Thema ist die Bildungspolitik. Das sieht man ja auch schon. Also gerade die Grundschulbildung war ja eines der Themen, das in der Rede auch angesprochen worden ist. Also ich denke nicht, dass es so weitergehen muss mit dieser gegenseitigen Blockade und Polarisierung, sondern dass da doch einiges passieren kann. Zumal es ja auch ein paar Lichtblicke gibt in den letzten Monaten. Es gehen, je nachdem wie man es betrachtet, gerade als Wirtschaftsfachfrau oder ähnlich. Aber es gibt ja schon ein paar mehr Jobs und es gibt für diese Gruppen, die wir angesprochen haben, schon ein paar Lorbeeren, die da erwirtschaftet wurden. Und ich glaube beispielsweise, dass auch hier und da das Einkommen gestiegen ist durch andere Jobs. Es gibt nicht mehr nur diese prekären, wie sie ja bei uns auch immer zahlreicher werden. Und es sind die internationalen Zahlen ein bisschen stärker gefestigt. Also das internationale Geflecht, das ist verlässlicher. Selbst von unabhängigen Instituten wird es so betrachtet. Und das kann sich natürlich die Obama-Regierung aufs Konto schreiben lassen. Und das ist vielleicht auch so ein Hintergrund dieser Rede oder der Diktion dieser Rede gewesen. Also insofern, nach dem Prinzip Hoffnung, und die Republikaner müssen ja irgendwann einsehen, dass die mit ihren Rezepten doch nicht klarkommen. Es sei denn, wir reden nur über das geistige Bewusstsein. Also ich würde da auch widersprechen und sagen, Sie haben absolut recht, was nationale Zahlen angeht, wegen Wählergruppen. Aber die Kongressabgeordneten werden nicht national gewählt, sie werden in einem Wahlkreis gewählt. Und da sind strukturelle Mehrheiten verschaffen worden. Und die republikanische Antwort auf Obamas nicht sehr, sage ich mal, großzügige Behauptung, ich habe gewonnen, ich sage, wo es lang geht, ist ja. Und wir haben den Repräsentantenhaus gewonnen. Unsere Mehrheit wird größer sein in den nächsten Zwischenwahlen, wegen diesen Entwicklungen auf der Staatsebene. Und Gesetze, die mit Ausgaben und mit Steuern zu tun haben, haben im Repräsentantenhaus anzufangen. Also, good luck. Ja, aber auf der anderen Seite, ich meine, die Tea Party ist eine neue Bewegung. Ja, ich meine, die meisten Leute sind gekommen in, was war das, 2010, ja, das war die neue Welle. Und sie brauchen Zeit auch zu lernen, wie Abgeordnete zu sein. Und manche haben zum Beispiel jetzt diese Regeln schon gebrochen über kein mehr Steuer. Sie haben gesagt, okay, dann müssen wir wegen der Fiskalkliffe diese gravierende Krise doch schon mitmachen und abstimmen. Und so, ich glaube nicht, dass wir werden immer die Mehrheit von den Republikanern im Haus sehen. Es ist immer ein Konzept von, wir wollen neue Gesichter vielleicht. Es ist einfach auch ein Geist von den Leuten, dass die wollen nicht die gleichen Leute im Repräsentanthaus haben. Kommt es Obama zugute, dass tatsächlich er ja auch, das hat man in der Rede gemerkt, versucht, die Bürger viel mehr mit einzubeziehen, als zu sagen, ich als der Präsident, den ihr hier gewählt habt und ihr als meine Bürger und wir zusammen. Nutzt er das immer mehr? Ja, also ich würde sagen, diese Rede hat sich gar nicht so sehr an den Kongress gewendet wie an den Bürger. Also der war ganz klar an die Wähler adressiert. Und ich glaube, das ist eine der großen Lehren, die er aus seinen ersten zwei Jahren in seiner ersten Amtszeit gezogen hat. Da war ja das Government, also die Regierung noch nicht die Weide. Die Demokraten hatten Senat und Repräsentantenhaus und konnten ja eine ganze Reihe von Gesetzen tatsächlich durchbringen. Die große Gesundheitsreform, die Finanzmarktreform. Es ist ihm aber nicht gelungen, diese großen Reformen, und ich würde sagen, das war schon ein riesiger Erfolg, dem Bürger zu verkaufen und zu erklären, was er macht. Und die Demokraten sind dafür abgestraft worden, ganz klar. In den 2000er-Wahlen haben sie massiv Sitze verloren, Stimmen verloren. Und das will er eben verhindern, dass das jetzt 2015 wieder passiert, indem er von Anfang an viel deutlicher macht, was er will. Und dementsprechend hat er ja auch sein Wahlkampfteam nicht abgeschafft, sondern jetzt umgemodelt in quasi ein Mobilisierungsteam, das die ganze Zeit kontinuierlich, kann würde sagen, Wahlkampf macht, aber eben auch verkauft. Verändert sich das Land gerade tatsächlich? Von diesem, wir wollen eigentlich nicht, dass der Staat sich einmischt, wir kriegen das alles ganz gut hin, Beispiel Gesundheitspolitik, hin zu doch, wir lassen uns da doch ein bisschen mehr führen? Das kann ich jetzt weniger beurteilen, aber vermutlich, es könnte so sein, weil das durchschimmerte durch diese Rede. Also ich glaube, dass auch bis hin zum Stichwort Gerechtigkeit, als er dann den Mindestlohn, den es ja im Unterschied zu Deutschland und Amerika längst gibt, in einer sogar akzeptablen Höhe, also insofern müsste aus dieser Sicht fast als Linker betrachtet werden, aber wie dem auch sei, also dieses Stichwort Gerechtigkeit anzusprechen, ist ja schon mutig und offensichtlich, das muss ich jetzt sagen, weil ich die Verhältnisse da nicht so kenne und wir hier sitzen, angebracht und auch angekommen. Und das richtet sich ja wieder an die Wählergruppen, bei denen er ja auch gewonnen hat, die wir schon angesprochen haben, also die Latinos, also die jüngeren Menschen, viele Frauen, die berufstätig sind, in dem Fall zusätzlich. Und da glaube ich, ja, hört erst Gras wachsen, um das mal so zu sagen. Und diese Wende könnte sich in der Tat so einstellen. Ist das Land in einem Umbruch, Herr Mallory? Auf jeden Fall in einem politischen Umbruch. Ob es eine Mehrheit für diese starke, starke, mehr nach europäischem Vorbild ausgerichteten Politik gibt, wird sich noch zeigen. Ich habe dann darüber nachgedacht. Und das letzte Mal, wo es so eine starke Schwankung in der Politik gab, kam nach der Depression, wo FDR mit seinem New Deal eingetreten ist. Und es kann durchaus sein, als Reaktion zu dieser verheerenden Finanzkrise und der Immobilienkrise, dass in der Tat eine neue, dass die Politik in den Vereinigten Staaten oder das Geschmack der Bürger wesentlich nach links gerückt ist und vielleicht mehr staatliche Invention wünscht, um sich gegen solche Sachen zu verteidigen. Aber damit kommt natürlich auch eine Gegenreaktion. Und die Gegenreaktion ist die Tea-Party-Bewegung, die nicht so einfach abzuschreiben ist, wie vielleicht ab und zu mal hier passiert. Ich glaube, das ist ein Phänomen. Ich glaube in der Tat, es gibt eine Zermetzlung innerhalb der rubrikanischen Partei. Die Partei muss die Vernunft finden, den Weg wieder zur Mitte zu finden. Die war die negative Seite dieser Wahlen 2010, wo wir als rubrikanische Partei große Fortschritte gemacht haben, besonders um strukturelle Mehrheiten im Kongress zu schaffen. Die negative Seite war, dass die Tea-Party sich beflügelt fühlte, die Partei nach rechts gezogen hat in den Vorwahlen mit dem Ergebnis, den wir da gesehen haben in den Hauptwahlen. Wenn wir uns noch mal die einzelnen Punkte anschauen, wir haben schon über einige Sachen der Rede gesprochen. Das ist wirklich eine wichtige Rede, wo man so ein bisschen sieht, wo geht die Reise hin. Und was sicherlich viele gerade eben hier in Deutschland oder in Europa vermisst haben, ist die Außenpolitik gewesen. Also die wurde mal kurz angesprochen, da hat man mal kurz Iran erwähnt, da hat man mal kurz Nahost erwähnt. Das war es dann aber auch schon. Zieht man sich da eher zurück, will Obama sich da tatsächlich zurückziehen und sagt, ich überlasse das Feld eher den Europäern? Man kann es so sehen. Es ist ja auch tatsächlich so, dass sich Amerika zurückzieht. Es sind ja sogar Zahlen genannt worden, wie es weitergeht in Afghanistan. Da soll dann wirklich Ende nächsten Jahres Schluss sein. Bei anderen Armeen auch. Aber immerhin etwas Neues ist nicht angekündigt worden. Es ist auch nicht dem Iran gegenüber etwa angedroht worden. Nun ist bald Schluss und die militärische Option rückt näher. Übrigens auch nicht vor ein paar Tagen in München, als der amerikanische Vizepräsident Joe Biden bei der Sicherheitskonferenz den Mund gar zu voll nahm, sondern sogar Verhandlungen anbot. Aber wieder, ich bin da so ein bisschen schwankend in der Bewertung, mit Bedingungen ausgestattet. Also nur, wenn es sich lohnt. Sie gehen ja auch nicht in ein Gespräch und sagen, mit dir rede ich aber nur, wenn es sich lohnt. Das stellt man ja eher im Gespräch dann fest. Also es ist aber in der Tat auch dem Nahen Osten gegenüber nicht eine Silbe gewidmet worden. Ich habe es nicht gehört, dass Herr Netanyahu persönlich angesprochen oder auch nur der israelisch-palästinensische Konflikt direkt angesprochen worden wären. Das wiederum finde ich traurig, aber es ist wahrscheinlich auch geschuldet der Gewichtung des Interesses der Amerikanerinnen und Amerikaner, die sich offensichtlich für Außenpolitik nicht so sehr interessieren. Ja, es ist einfach eine Lager-der-Nation-Rede. Das ist nicht sozusagen den Platz, viel über Außenpolitik zu sprechen. Und ich glaube auch, wir müssen auch erinnern, es gibt neue Themen, die wir nicht erwartet haben. Zum Beispiel die potenzielle Strengung der Waffengesetz. Man hat das nicht erwartet. Ja, das war so sehr getont während der Rede. Und auch Einwanderung, das sind alle neue Sachen, was man nicht unbedingt erwartet habe. Aber er hat die notwendigen Punkte schon erwähnt in seiner Rede. Iran zum Beispiel, Nordkorea wegen der aktuellen Nachrichten. Aber wie schätzen Sie es ein? Also eben, die eine Frage ist, was sage ich in dieser Rede, die eben an mein Volk gewandt ist, und die andere Sache ist, was tue ich aber auch. Also müssen wir jetzt daraus schließen, wenig geredet, wenig tun? Oder hat er trotzdem sozusagen seine Pläne in petto? Ich meine, ich denke, für ihn, die erste Amtszeit, zurück vielleicht zu, was wir vorher gesprochen haben, war für ihn, er muss viel Tagesgeschäft machen. Er hatte große Pläne. Wir haben alle große Hoffnung auch als Amerikaner. Ich glaube, beide, Republikaner und Demokraten. Es gab diesen Geist in 2008. Und jetzt gibt es die Chance für ihn, ein Visionär zu sein. Und ich glaube, seine Liebe ist diese Innenpolitik. Er kommt von so einer Grassroots-Bewegung. Er will solche Themen machen. Und jetzt hat er auch vielleicht eine starke Secretary of State. Und er kann das alles an John Kerry verlassen auch. Aber er ist auch Friedensnobelpreisträger. Dafür muss man doch auch mal was tun. Aber ihm bleibt ja im Moment auch gar nichts anderes übrig. Ich meine, die Schuldenproblematik ist immer noch nicht gelöst. Der Sequestra steht an. Die Schuldengrenze muss angehoben werden. Also das erste ganze, erste halbe Jahr ist er eben noch mit diesen Haushaltsthemen beschäftigt. Wenn man Pech hat, wird der Haushalt für dieses Jahr nicht verlängert. Die Regierung steht kurz vor einem Government Shutdown. Dass da die Außenpolitik jetzt nicht an allererster Stelle steht, finde ich nicht sonderlich überraschend. Also kein mangelndes Interesse, sondern eher, da drückt der Schuh woanders. Ja, also natürlich drückt der Schuh im Moment. Man muss die Zahlungssicherheit der USA sicherstellen, indem man die Schuldengrenze anhört. Das war bei den USA teilweise auch egal. Ich meine, wenn wir uns Bush angucken, das war relativ egal. Da drückte der Schuh auch. Aber da hat man trotzdem gewisse Sachen gemacht, die eben jetzt nicht mehr passieren. Also scheint es da doch eben natürlich sowieso schon bedingt durch die Politiker aber einen großen Wandel zu geben, oder nicht? Nein, nein, also die Probleme, vor denen die USA selbstgemachte politische Probleme im Wirtschaftsbereich im Moment stehen, ist in keiner Weise vergleichbar mit dem, was Präsident Bush zu tun hatte. Denn wenn die Schuldengrenze nicht angehoben wird ab Mai, dann sind die USA nicht mehr zahlungsunfähig. Dann können sie ihre Schulden nicht mehr bedienen und das hätte weltweite Auswirkungen auf die Finanzmärkte, die Wechselkurse und so weiter. Das ist also schon ein großes Problem. Wenn der Haushalt, der bis März, April läuft, also der für den Lauf, für das laufende Jahr nicht verlängert wird, dann hat die Regierung kein Geld mehr, um ihre Mitarbeiter zu bezahlen und dann kann eben keine Regierungsgeschäfte mehr getätigt werden. Und wenn der Sequester einsetzt, also diese Pauschalkürzungen across the board, 1,2 Billionen US-Dollar über zehn Jahre, überall, Verteidigungshaushalt, Sozialprogramme, dann rutschen die USA sofort in eine Rezession rein. Und das ist wirklich so ein ganzer Batzen. Ja, trotz allem ist glaube ich doch der Eindruck, gerade in Europa sozusagen, in gewissen Situationen, helft uns dort auch bitte, wenn ich mir jetzt Mali zum Beispiel anschaue, da hält man sich sehr raus. Ist die Erwartungshaltung da tatsächlich zu groß? Oder können die sich das wirklich auch leisten zu sagen, nee? Ich meine, ich glaube, die Erwartungshaltung ist zu groß in ein paar Hinsichten. Auf der einen Seite kam viel das Wort, wir überlassen das alles Europa. Ich glaube nicht, dass das die Wahrnehmung in Amerika ist. Also Europa wird nicht wahrgenommen, um es einfach auf den Punkt zu bringen. Aber die Idee, dass Europa irgendwie damit zurechtkommt, sorry. Und dann die andere Situation, wir haben hier stark betont bekommen, dass man mit den inneren Angelegenheiten beschäftigt ist. Und dass man wirklich keine ausländischen Engagements mehr haben möchte. Also wir haben zehn Jahre lang zwei Kriege durchgemacht, wo, Entschuldigung, wir die Hauptlast getragen haben. Wir möchten da raus. Und ich meine, es ist dem Organer zu gut zu schreiben, dass er das macht, ja. Das ist eine schlechte Nachricht für Europa. Weil im Grunde genommen bedeutet das, nein, es gibt keinen Geschmack in Amerika, wirklich, wenn es darauf kommt, etwas in Iran zu machen. Und die Iraner wissen das. Und deswegen auf sich alleine angewiesen zu sein, wir lassen das den Europäern. Ich bin nicht so sicher, ob das eine tolle Sache ist. Mit Verlaub, dass ich reagiere auf diesen Halbsatz, die Hauptlast getragen in zwei Kriegen. Ja, was denn sonst? Den zweiten Krieg, den gegen Irak, hat Amerika angezettelt auf Lügen aufgebaut. Sollen dafür auch noch Europäer bezahlen? Das wäre ja noch schöner. Aber in Afghanistan war und ist das anders. Und da hat ja die Gemeinschaft der solidarischen Länder etc. etc. im Kampf gegen Terror auch Stange gehalten. Und Deutschland ist zum Beispiel drittgrößter Tupfenschwerter. Da sind wir ganz verschiedener Meinung. Zuerst, in Irak hat der Westen Irak gegen Iran aufgebaut. Wer hat der viel Waffen verkauft und Chemiefabriken? Chemiewaffenfabriken. Deutschland. Also bitte, keine Predigen. Und zweitens, in Afghanistan gab es Mission Creek. Wir sind zu einer Nation-Building-Strategie umgegangen und sind in einen Sumpf reingelaufen. Also das als irgendwie einen Erfolg oder der gerechte Krieg zu bezeichnen, finde ich, ist auch wirklich nicht angebracht. Und es ist ja schön, hier auf der Seitenlinie zu sitzen und Amerika das alles anzukreiden. Aber eure strategische Versorgungslinien werden dadurch von Amerika gesichert. Und ihr profitiert davon. Ich erinnere mich nur im Moment an zehn Jahre zurück und ich war ein New York-Korrespondent zu der Zeit, als am 5. Februar 2003 im UNO-Sicherheitsrat an die Wand geworfen wurden die Bilder, die Fakes waren, also Fälschungen, falsch interpretiert. Und der Außenminister Paul musste die auch noch rechtfertigen. Und wie viele Tage danach, am 20. März, 5. Februar plus 30, 45 Tage danach, ging der Krieg los. Aber wir müssen nicht da hinterher argumentieren. Froh, dass in dieser Obama-Rede kein Signal gegeben wurde, nun auch noch den dritten Krieg und in dem Fall gegen den Iran anzuzetteln. Den Krieg will auch keiner haben. Genau, und wir sollten, wie gesagt, nicht in der Vergangenheit blicken. Aber eigentlich, ja, wir haben diese zwei Kriege jetzt, die gehen zum Ende. Aber wir haben immer noch eine Lage im Nahen Ost, wo es gibt Krise überall. Und das muss den USA und Europa gemeinsam eigentlich lösen. Weil es ist nicht Irak, vielleicht wird jetzt zu Ende sein, aber Syria ist da, Tunisien. Ich meine, die Liste ist fast endlos da in der Region. Die wird länger, vor allem. Ja, die Liste wird länger. Sie haben gerade eben gesagt, naja, Europa ist eigentlich relativ egal. Ist es tatsächlich so, dass man da eigentlich sagt, ach, macht ihr mal? Also sehe ich nicht so. Auf jeden Fall nicht im Wirtschaftsbereich. Im Wirtschaftsbereich würde ich tatsächlich sagen, es ist nicht so. Es soll jetzt also eine Freihandelszone geben, über die möchte ich nämlich auch sprechen. Also man will ja eigentlich die wirtschaftlichen Beziehungen noch enger haben. Genau. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ich habe kaum an zwei Tagen so häufig gehört, auch von Vizepräsident Joe Biden, wie wichtig Europa für die USA und wie wichtig die USA für Europa sind. Und dass es die stärksten Partner sind, das Fundament stark und wichtig. Und dass wenn man nach Asien guckt, dann guckt man gemeinsam nach Asien. Aber es ist kein Wegwenden der USA von Europa nach Asien, sondern wenn, dann wendet man sich gemeinsam, wenn überhaupt gemeinsam nach Asien. Also auf jeden Fall war der Punkt, Europa ist wichtig, USA ist wichtig. Wir sind wichtige Partner füreinander. Und da habe ich nicht wahrgenommen, dass wir die No-Matter haben. Nein, ich glaube nicht, das war nicht. Also man muss auch natürlich einen Abschlag machen für die Floskeln, die da kommen. Aber im Grunde genommen war, also wirtschaftlich gibt es natürlich sehr tiefe Verbindungen. Absolut richtig. Die Frage ist, die außen- und sicherheitspolitische Rolle Europas und die Fähigkeit Europas überhaupt eine solche Rolle wahrzunehmen. Und darauf hinaus ging meine Bemerkung. Also Europa ist nicht grundsätzlich abgeschrieben? Nein, das kann man nicht grundsätzlich machen. Aber die Frage ist mit höchst strategischen Angelegenheiten, wozu ist Europa fähig? Im außen- und sicherheitspolitischen Bereich. Es gilt immer noch die Formel von Herrn Kissinger. Welche Telefonnummer rufe ich an? Genau. Ich meine, man kann das vielleicht mit zwei Sichten betrachten. Wenn es geht um Handel und so weiter. Man blickt aus Amerika an Europa. Aber wenn es geht um Sicherheitsfragen, stimmt. Wir haben vielleicht einen anderen Blickwinkel. Und wir denken nicht an Europa, aber wir denken an unser starker Partner Großbritannien. Oder Frankreich, die toll jetzt gerade in Mali eine Militärintervention durchgeführt hat. Ich stimme zu, es gibt schon eine subtile Differenz, wenn es geht um die zwei Themen. Wenn wir uns nochmal diese Freihandelszone, die geplant ist, angucken. Ich vermute, es wird sehr, sehr lange dauern. Die Idee gibt es jetzt, dass sozusagen zwischen den USA und Europa die eingeführt wird. Aber ich vermute, das wird doch ewig dauern, oder? Es ist ja auch gar kein so neues Thema. Es ist ja immer schon darüber nachgedacht worden. Schon seit den 90ern, glaube ich. Auch jetzt von Herrn Barroso dargelegt worden, was möglicherweise in kleinen Schritten schon als Schubladenpläne erarbeitet wurde. Und was man mehr und mehr von den Fachfrauen und Fachmännern dazu hört, ist, lohnt es überhaupt? Ist es nicht jetzt schon so, dass die Zölle relativ niedrig sind? Also, dass die Zölle einen relativ geringen Anteil haben am gemeinsamen Warenaustausch. Und also, wenn es zu deren Abschaffung total gekommen ist, es gar nicht so viel zur Sache beiträgt. Also zur zusätzlichen Prosperität schon gar nicht. Und es gibt sogar schon Befürchtungen, wenn die Standards angeglichen werden, also zugespitzt gesagt, ich will das jetzt nicht so polemisch darstellen, aber wird gesagt, na dann kriegen wir die genbehandelten Lebensmittel, weil ja der gemeinsam amerikanisch-europäische Standard aufs Tapet gehoben wird. Oder es werden Sachen wirklich wegharmonisiert, nur einem freien Handel zuliebe. Das sind dann schon die Befürchtungen, aber ich will das nicht schlecht reden, noch bevor die erste offizielle Verhandlungsrunde eingeläutet wurde. Wenn ich da widersprechen darf, verspricht so ein transatlantisches Handels- und Investitionsabkommen immense Wohlfahrts- und Wachstumsgewinne. Zum einen durch den Abbau von Zöllen und dann eben durch den Abbau von Standards. Wenn wir da ambitioniert rangehen, dann könnten sowohl die USA als auch die EU pro Jahr um fast 1,5 Prozent stärker wachsen, als das im Moment der Fall ist. Und angesichts der doch wirklich miesen Wachstumsprognosen, die wir haben, ist das schon eine gewaltige Summe. Also Sie haben völlig recht, die Durchschnittszölle sind relativ niedrig, aber aufgrund des hohen Volumens am Handel, den wir abwickeln, hat eben auch der Abbau von diesen Zöllen noch einen immensen Effekt. Und es gibt immer noch ziemlich hohe Zölle. Also im Agrarbereich, in manchen Produktgruppen wie Milch oder auch Rindfleisch, können die bis zu 200 Prozent sein. Also Hochzölle. Da gibt es die große Kritik eben. Agrar stelle ich mir am schwierigsten vor tatsächlich. Agrar ist tatsächlich, also aufgrund der Hygienestandards oder auch Gesundheitsstandards tatsächlich der schwierigste Bereich. Aber das ist ja nicht alles, wo es um Standards geht, sondern es geht ja auch um technische Standards. In der Automobilindustrie beispielsweise oder in der Chemieindustrie, im medizinischen Bereich, wo man unglaublich profitieren würde. Muss nicht gegenseitige, muss nicht, muss, also... Sicherlich zwei Seiten. Ich habe auch dieses Autobeispiel irgendwo gehört, dass es natürlich für die Automobilindustrie und die dort Beschäftigten toll ist, wenn man sagt, einen nach gemeinsamen Standards gebauten Wagen kriege ich jetzt nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika verkauft. Also nicht nur für maximal 500 Millionen, sondern für dann über 800 Millionen. Das birgt natürlich genau die Vorteile, die Sie gerade beschrieben haben. Aber generell ist eben diese Angleichung, die Gleichmacherei, nicht per se gut. Also es gibt da sicherlich auch Differenzen. Wollen wir mal der Verbraucher am Ende wirklich was davon? Ich bezweifle, dass ein großes Unternehmen sagt, ich spare und gebe es auf jeden Fall weiter. Na, bei dem Auto schon. Das dürfte ja billiger zu preiswerter zu produzieren sein. Also sowohl für die amerikanische... Aber ob man das weitergibt, ist noch die große Frage. Ja, das ist natürlich die Frage. Aber dann, dank der Marktwirtschaft, wird der Druck schon so groß sein, dass da die eingesparten Kosten hoffentlich weitergegeben werden. Laut Umfrage von dem German Marshall Fund, es gibt den Willen auf beiden Seiten des Atlantiks, die Bevölkerung in Europa und in Amerika sind dafür, für eine Freihandelszone zwischen Europa und den USA. Und das Thema ist nicht neu. Es ist schon alt. Ich habe im Kongress gearbeitet für viele Jahre. Und als wir Besucher aus Deutschland oder aus Europa bekommen haben, gab es immer das Thema Free Trade Zone zwischen Europa und Amerika. Und ich glaube, es war so höfliche Interesse. Aber jetzt vielleicht ist die Zeit reif wegen der Krise in Amerika und auch in Europa. Und man sieht, China ist eine Bedrohung. Wir müssen zusammenarbeiten. Und vielleicht jetzt ist die Zeit richtig, sowas durchzuführen. Genau. Warum jetzt? Was steckt da genau dahinter? Könnte das auch so ein kleines Geschenk sein, sage ich mal, an die Europäer? Oder ist es eher, man stellt sich eben auf gegen Asien? Ja, alle wollen, und Herr Präsident Obama hat das auch in seiner Rede gesagt, alle Abgeordnete wollen Jobs in ihrem Wahlkreis schaffen und bei einer Ribbon-Cutting-Ceremony sein. Und das ist das. Alle sehen, dass das vielleicht eine potenzielle, mehr Jobs zu schaffen. Ich glaube auch, es ist die Erwartung oder die Hoffnung, Arbeitsplätze zu schaffen, das Wachstum zu befördern. Es ist auch die Hoffnung, dass man international globale Standards zusammensetzt, also EU, USA zusammen können vielleicht noch Standards setzen, also gegen China oder gegen andere aufstrebende Länder. Aber alleine können sie es eben nicht mehr. Und deswegen schließt man sich zusammen. Ich denke, das ist ein wichtiger Grund, was heute anders ist als noch 2006. Da war das viermal das letzte Mal wirklich auf der Agenda. Und was wirklich anders ist dieses Mal, dass es zur Chefsache geworden ist. Auf der US-Seite, Präsident Obama hat sich dafür eingesetzt. Auf unserer Seite, sowieso scheint es schon seit langem, Angela Merkel, aber auch eben auf europäischer Ebene. Es ist ein Nieders. Zwischen Bush und Präsident Bush und Chancellor Merkel. Ja, aber damals war es the Merkel-Initiative, also die Merkel-Initiative. Und wenn Amerikaner eins nicht mögen, ist das, wenn eine Initiative mit einem anderen Namen versehen werden und nicht mit ihrem eigenen. Nicht die Obama-Initiative, sondern auch noch die Merkel-Initiative. Erste Reaktion zeigt ja sogar Möglichkeiten, Herrn Cameron da zurück ins Boot zu holen, weil Cameron und Merkel am lautesten applaudiert haben nach der Rede. Also UK, Großbritannien ist natürlich auch dabei. Also insofern... Die Briten haben das zu einem ihrer Hauptthemen ihres G8-Vorsitzes gemacht. Und die Iren haben es zu ihrem Hauptthema in der EU-Ratspräsidentschaft gemacht. Ich kann mir keine Rahmenbedingungen vorstellen, die besser sein sollten. Alles wird gut. Na, vielleicht. Sie haben Merkel angesprochen und Obama. Das Verhältnis zwischen den beiden soll nicht so gut sein, wie das zwischen Bush und Merkel war. Wie würden Sie das derzeit beschreiben? Ist das vielleicht eben auch etwas, wo man sagt, gut, da kommen wir wieder ein bisschen enger, näher zusammen? Also ich bin natürlich nicht mit Ihren persönlichen Gesprächen vertraut. Ich kann wirklich nicht sagen, dass ich irgendwie hinter den Kulissen in Gesprächen von Frau Merkel und Herr Barmer irgendwelche Einsichten habe. Man kann, also im Gegensatz habe ich schon einige Informationen über das Verhältnis Merkel-Busch. Das war gut. Es war natürlich auffällig, dass der Präsident Obama nicht da war zum 20. Jahrestag der Fall der Mauer und seine Staatssekretary of State geschickt hat. Es war auch auffällig, dass der Biden mit allen seinen Höflichkeitsfloskeln in München seine Rede damit angefangen hat, mit der Aussage, dass der Präsident ihn immer zu den unangenehmen Angelegenheiten schickt. Da hat er wirklich sein Food-in-Mouth-Disease wieder gehabt. Aber im Grunde genommen, glaube ich, gibt es eine viel engere Zusammenarbeit zwischen den Regierungen, die angenommen wird. Es gibt eine sehr starke Neigung, das auf Personen zu beziehen. Und wir reden über institutionelle Verflechtungen zwischen Ministerien, die Beziehungen, die über Jahrzehnte aufgebaut sind, besonders im militärischen Bereich, aber auch im diplomatischen Bereich. Und zurück zum Thema Freihandelszone. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, beiden Seiten eine Wachstumsspritze zu verschaffen. In schwierigen Zeiten, wo das Wachstum nicht so leicht ankurbelbar ist. Die Befürchtung auf republikanischer Seite ist genau dieselbe von den Briten mit Europa. Dass wir wessen Standards kriegen wir dann aufgedrungen? Auch gedrungen durch die Hintertür einer Freihandelszone. Das wird das Thema sein. Agrarpolitik wird auch ein Thema sein. Ich glaube, die Zusammenarbeit besonders mit dem neuen Verteidigungsminister, Hegel, ich glaube, es ist schön, einen Verteidigungsminister zu sehen, der selbst im Krieg dabei war und gut versteht, dass man alle diplomatische Möglichkeiten ausschöpfen muss, bevor man zu Gewalt greift. Und mit Kerry, der eine Erfahrung hat mit Europa viele, viele Jahre lang, gibt es die beste Bedingungen, dass die Beziehungen zwischen den zwei Seiten enger werden. Ich glaube, dass die Beziehung zwischen Angela Merkel und Obama sehr gut ist, weil die beiden sich nämlich eigentlich doch sehr ähnlich sind. Sie sind beide unglaubliche Analytiker. Jetzt bin ich gespannt, wo sie sich noch ähnlich sind. Sie sind relativ trocken und sie brauchen diesen Kuschelkurs nicht. Erinnern Sie sich daran an dieses eine G8-Treffen, wo Angela Merkel im Stuhl gesessen hat und Präsident Bush von hinten kam und sie so massiert hat? Das mag Frau Merkel nicht, ne? Und Obama ist da, denke ich, eher auf ihrer Linie. Trocken, analytisch, durchdenkend, plant. Und da braucht es nicht unbedingt der großen, ständigen großen Worte und der Liebesbekundungen. Man weiß einfach, dass man eine gute Beziehung miteinander hat. Das finde ich eigentlich sehr unterschiedlich. Also Obama gerade, der doch irgendwie charmant daherkommt und die großen Worte schwingt und Merkel, die doch eher zurückhaltend ist. Aber von ihrer Linie sozusagen. Es heißt, Obama hätte vor der Wahl gesagt, dass es vier Regierungschefs gibt, mit denen er wirklich kann. Und einer war Erdogan und Merkel fielen nicht in dieser Reihe. Aber dann erinnert man sich, wie er, Obama, die Medal of Freedom im Rosengarten, glaube ich war es, überreicht hat. Und ja auch zwischendurch ein paar, nicht nur warme Worte, weil es das Protokollgebot gefunden hat, sondern schon eine sehr respektable Frau da vor sich hatte, die er in ihren politischen Strategien unterstützt hat. Also da hatte ich nicht den Eindruck, ich hatte die Gelegenheit dabei zu sein, dass das nun auch nur für die Kameras, in die wir gerade sprechen, gemacht worden wäre. Nein, nein, ich neige zu Ihrer Ansicht, dass da zwei Analytiker, die sachlich, so hört man auch sehr sachlich, aber durchaus länger telefonieren, immer wieder die Geschicke dieser Welt in die richtige Richtung zu bringen versuchen. Genau, und es gibt auch Respekt, glaube ich, von Obama vor Deutschland. Wir haben das auch wieder in der Rede gehört. Er hat Siemens erwähnt, all seine Firmen in North Carolina, die Jobs schaffen in einem Wahlkreis. Und er hat auch über, ich glaube, die Ausbildungssysteme in Deutschland... Genau, das duale Ausbildungssysteme in Deutschland. Und ich erinnere mich auch, ich weiß nicht, welche Lage der Nationenräder der war, aber er hat auch über erneuerbare Energie in Deutschland etwas gesagt vor ein paar Jahren. Und das Thema Umwelt war eben jetzt auch wieder ein großes Thema, ja? Ja, es gibt schon, ich glaube, so, egal, ich glaube, Journalisten mögen gern über, funktioniert das zwischen den beiden, aber ehrlich gesagt, es gibt auch eine Wahl hier in Deutschland. Und egal, wer Bundeskanzler wird hier in Deutschland, wird Präsident Obama ein sehr starkes und gutes Verhältnis haben mit Deutschland. Man muss ja auch nicht, um zurückzublicken auf Bush, die Nackenmassage nun zum Grad der politischen Beziehung hervorheben. Trotzdem stellen sich ganz viele die große Frage, jetzt momentan wird sie wieder diskutiert, wann kommt denn Obama dann endlich mal als Präsident nach Deutschland? Jetzt geistert der Juni rum. Was wissen Sie darüber? Wahrscheinlich genauso viel wie Sie, nicht viel. Es geistert rum, es sind Spekulationen, oder? Es sind Spekulationen. Schön wäre es sicherlich, wir würden uns sicherlich freuen, wenn Obama hier zu diesem, auch zu diesem denkwürdigen Tag dann eben, der da spekuliert wird, hier wäre und sprechen würde. Ist das nicht ganz ausgeschlossen? Vom Brandenburger Tor. Vielleicht muss das aussehen. Das wurde ihm letztes Mal eben zur Erklärung verweigert sozusagen. Da muss man auch sehen, wie diese Sachen diplomatisch ablaufen. Wenn der Präsident nach Deutschland kommt, dann wird es Deliverables geben. Es muss Ergebnisse geben, die verkundet werden können, gemeinsam. Und das muss alles vor Juni passieren. Dass bei der Agenda, die wir am Anfang besprochen haben, die er intern noch vorhat, ja, ich teile die Meinung, dass es schön wäre, wenn er hierher kommt, aber dann haben das Auswärtige Amt und das State Department schön zu schaffen. Stimmt, aber es würde auch passen, weil es ja Überlegungen gibt, im Juni die Verhandlungen für dieses Handelsabkommen tatsächlich loslegen zu lassen, also zum G8-Gipfel oder um den G8-Gipfel drumherum. Und das würde ja dann eigentlich ganz gut passen. Dann hätte er ein Deliverable und das könnte man dann ja präsentieren. Das ist auch 50 Jahre die Rede von Präsident Kennedy. Ich bin ein Berliner. Genau, das haben Sie eben angesprochen. Ich bin ein Berliner, das wäre eben sozusagen ein Grund zu sagen. Es wäre ein schöner Kulisse für Präsident Obama. Ich bin auch ein Berliner. Sie könnten sich dort auch einstellen. Welche Bedeutung hätte das tatsächlich? Was würde das mal einen Aufwind geben? Weil das hängt den Deutschen doch sehr im Nacken, sage ich mal, dass da irgendwie dieser große Besuch... Ich meine, es hat mehr Bedeutung für Deutschland als für die Amerikaner, weil er macht eine Welle von Reisen. Er hat auch angekündigt Israel in Merck zum Beispiel. Und so, ich meine, für die amerikanische Bevölkerung bedeutet das nicht so viel. Die wissen, dass die Politiker wie Obama und Secretary Kerry müssen überall in der Welt hinfliegen. Aber für Deutschland wird es schon wichtig sein. Und es gibt, wie gesagt, einen Bundestagswahlkampf hier im September. Und vielleicht gibt es da mal den Kolleginnen und Kollegen wieder Anlass, lange Spalten in den Zeitungen zu veröffentlichen. Was ist besser dort? Was ist besser hier? Und jetzt denke ich nochmal an seinen Aufruf, der ja hier auch immer wieder erklingt, dass man bitte von dem, was man so leistet, als Arbeitnehmerin, als Arbeitnehmer auch leben können soll. Das wird ja hier Mindestlohn. Na, vielleicht wird der dann um 1,50 auf 9 Dollar erhöhte Mindestlohn die hiesigen Parteien anspornen, ein paar Monate vor der Bundestagswahl das Ding doch noch über die Bühne zu bringen. Aber das ist jetzt wieder wishful thinking. Also das spricht eigentlich dagegen, dass es einen Besuch gibt. Die Tatsache der Wahl spricht dagegen. Weil kein Präsident wird irgendwie wahrgenommen werden, will nicht, dass wahrgenommen wird oder gedacht wird, dass er irgendwie für den einen oder die andere Seite sich entweder einbringt oder instrumentalisieren lässt. Genau, aber deshalb ist Juni das perfekte Datum. Weil das ist in Gönne genommen das letzte Fenster. Wir werden mit Spannung schauen. Zumindest im Juni könnte das Wetter ganz nett sein. Auch das wäre doch ein Argument. Herzlichen Dank an Sie für die Diskussion. Herzlichen Dank an Sie fürs Zuschauen. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.